So, hier ist der Guzoa und Dizzy Axe ist auch dabei. Der konnte sich noch mal ein bisschen zeitfrei schaufeln. Mittlerweile ist er ja echt richtig gut am Start mit Clash Royale. Wie gesagt, finde ich auch richtig den Schritt, weil ich halt wirklich bei dir gemerkt habe, wir haben uns ja immer wieder unterhalten und ja, ging halt darum, er hatte halt wirklich nie mehr so krass viel Bock auf COC und dann ist es vollkommen richtig, dann zu sagen, gut, okay, kommt, lass mal Clash Royale spielen. Auf jeden Fall. Es ist halt einfach so. Also man muss sich nicht selber irgendwie quälen. Das ist ja Quatsch. Ich muss halt auch einfach sagen, für Clash Clans hatte ich nicht mehr so viele Videoideen. Für Clash Royale habe ich jetzt einfach mal richtig viele Ideen irgendwie, was ich noch machen kann. Und natürlich hat es auch nochmal so einen Vorteil, dass ich so ein relativ guter und erfahrener Spieler bin. Mehr oder weniger, ich glaube, da kann man dann auch nochmal so ein bisschen mehr Content liefern. Mehr oder weniger, so wie du jetzt halt der Queen Walkmaster bist. Ja, klar. Ja, das weiß ich, was du meinst. Da hast du schon recht. Zumal jetzt natürlich momentan bei mir der Vorteil ist, dass ich halt, wie soll ich das sagen, jetzt natürlich gerade den Townhall 9er, also den Townhall 8 Account auf Townhall 9 gebracht habe. Und dann hat man natürlich wieder mega richtig gut, naja, ist ja gut, weil es war eine Verteidigung. Oh, ja. Ja. Aber erst mal König nicht gezündet. Fail. Nein. Auf jeden Fall kommt mir das natürlich mega zugute. Aber guck mal hier, was hier Schweinereiter da noch mäßig ist. Was macht der da? Naja, der wird gerade richtig gebumst. Ja, aber was macht der nicht? Ja, das siehst du gleich. Also ich kann mir vorstellen, dass das mal, also ich habe jetzt nicht weiter drauf geguckt, aber bei 26 Schweinen, äh, ist die Base total platt. Da geht gar nichts mehr. Ja, stimmt. Aber die wird richtig, ne, die wird richtig. Was will er die Base dann noch zerstören mit den zwei Magiern oder wie? Äh, guck mal. Äh, mit den zwei Goblins. Nein, nein, guck mal. Ähm, die Schweine sind in der Mitte, oh, ja, in der Mitte machen sie erstmal schönen Tanz. Was sind das für Poison Spells? Also für die Skelette. Na, für die Skelette, ja, es ist einfach so. Das darf man nicht, das darf man echt nicht vernachlässigen, weil man denkt immer, ach naja, passt schon, passt schon, passt schon. Auch wenn du jetzt zum Beispiel mit einem King, äh, drin rumrennst. Guck mal hier, jetzt, gewonnen. Ja, das ist halt einfach total hart. Also man darf die Schweine halt nicht, äh, vernachlässigen, beziehungsweise denken, oh naja, das passt schon. Ähm, und, äh, von daher, wenn die Schweine erstmal die komplette Death gekillt haben, dann ist erstmal Ende, auf jeden Fall. Ja, Schweine ist, habe ich sowieso so noch mitbekommen, die scheinen ja auch momentan oder schon die ganze Zeit echt auch noch stark auf Townall 9 zu sein. Ja, auf Townall 9 auf jeden Fall. Mit den Infernus, ah, kritisch, äh, machen sie nicht mehr so viel, vor allem wenn sie halt auf Multi sind oder Townall 11 auch mit der Adler-Tillerie, aber Townall 9. Townall 9 kann man damit noch richtig, richtig gut was reißen, auf jeden Fall. Und guck mal hier, minus 40, Alter, er wird sich ein bisschen geärgert haben, aber so ist das halt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt nochmal gucken, äh, mir geht's nämlich darum, ich will halt ganz dicker, denn mir ein Expo gönnen, habe ich dir ja schon erzählt, aber das könnte ja jeder. Ich meine, man hat jetzt hier seine 2,4 Millionen, dann haben wir in der Schatzkammer nochmal 800, aber ganz ehrlich, der Guzoa ist nicht der Guzoa, oder wäre es nicht, wenn er nicht sagen würde, gut, okay, naja, ja, man denkt, oh, cool, 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 guck mal. Ich hätte echt gedacht, ja, ich dachte auch, so 600k oder sowas, und dann guckst du aber und siehst halt einfach mal, da geht gar nichts, weil halt die Sammler und Minen halt nicht wirklich ausgebaut waren. Ähm, nee, aber Fakt ist einfach mal, ich werde heute einfach mal ein bisschen, oh, der hat Superman-Logo, läuft halt bei ihm ein bisschen. Das sieht natürlich ziemlich geil aus. Aber er heißt Abdullah. Ja, genau, richtig. Ah, wollen wir Abdullah vielleicht mal ein bisschen das Genick brechen? Aber guck mal, er hat leider, ich gucke gerade aufs Dunkle, beziehungsweise das Gold ist so krass verteilt. Ah, nee, nee, ganz ehrlich, da ist mir ein bisschen, da will ich lieber einen. Da findest du eh noch was. Ja, genau, da finde ich noch was Härteres, sag ich mal, der ist halt noch, hier, drei. Ah, guck mal hier, alleine die beiden, die beiden, dass ich da halt gut, ja doch, komm, gucken wir mal. Also drei Gold, aber wenn du die Queen jetzt, wenn du Glück hast und die Queen richtig läuft, kannst du drei Gold lager holen. Na, ich werde dann mit dem King dann oben reingehen. Was ich echt, was ich echt schlecht finde, ist, die Anzeige wird hier noch nicht gezeigt, unten, wie viel Lebensenergie sie noch hat, weißt du? Ja, stimmt. Weil ihr nämlich, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Nähe von der CB ist und das Clan-Logo davor ist, sehe ich nicht, wie viel Energie meine Queen hat. Das kotzt richtig an. Ich glaube, das ist halt der Fall. Der Fall ist, äh... Na, erst ab fünf. Genau, erst ab fünf. Ja, klar. Weil da war es ja so, dass die Queen irgendwo auf der Map war, man nicht aufs Leben geachtet hat und dann, bam, war sie weg und aber dadurch, dass man da ja jetzt noch nicht die Ability hat... Ich geh mal hier mit dem King rein, dass... Aber auf Level drei kassiert sie schon ganz gut. Ach, nix ist... Nein, 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 das ist das Krasse, ich hätte auch gedacht, oh, die kassiert ja total, die kassiert total. Ist gar nicht der Fall. Die Sache ist halt einfach die, sie ist halt einfach langsamer beim Destroyern der ganzen Sachen. Und deswegen musst du natürlich dann, brauchst du länger und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist das gar nicht weiter wild. Und jetzt mache ich das, was ich mittlerweile öfter mache. Ich hau die Heiler, die restlichen, noch auf den King rauf, dass der King halt wirklich noch überlebt und halt richtig... Wenn die Queen jetzt echt richtig läuft, dann holt sie das Goldlager. noch das andere. Ja, mal gucken, also... Ach, da meinst du? Ja, ja. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre nur da. Ah, ja, doch, dann kriegen wir das noch. Ja, ja, guck mal. Die Goldbrecher kann sein, dass die Queen jetzt da, dadurch, dass da jetzt offen ist, einmal in die andere Richtung steppt. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir hauen mal hier einfach so außen noch hier. Da kann ich nämlich noch schön, guck mal hier, kann ich hier noch schön das Dunkle mitnehmen. Und jetzt? Aha. Ich weiß nicht, ob sie... Ich glaube nicht, dass sie da... Oder? Das Dunkle nehme ich mir auf jeden Fall mit. Glaub mal. In der Mitte ist natürlich noch, wäre jetzt gleich ein Rage. King soll der... Ja, King ist egal. Das ist egal. Den... Guck mal, weil jetzt sind alle Dev-Gebäude so weit weg, dass ich sagen kann, gut, okay, das passt. Ich habe noch anderthalb Minuten. Das läuft safe. Jetzt guck mal, wie viel wirklich im Rathaus drin ist. Das gucken wir uns jetzt mal schön an. Guck mal, jetzt haben wir 180k ungefähr. Aber die da oben... Guck mal, wie es jetzt gleich splasht. Bam. Das waren 60, fast 60k. Oh, deine Clan, da oben hat auch das andere Goldlager gut geschädigt, glaube ich. Kleinen Moment, ich guck mal. Das könnte sein. Da oben ist nicht mehr alles drin. Also da ist... Könnte sein. So, jetzt muss die auf jeden Fall... Ah, scheiße, ich habe... Ah, ich habe ein bisschen fail gesetzt, aber... Ah, doch, doch, doch. Passt aber noch. Die rennen gleich rein. Jetzt rennen sie rein und jetzt passt das auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal hier, was hier halt noch drin ist. Und... Schade halt. Wäre halt irgendwie nice, wenn sie jetzt... Wenn sie jetzt vor allem noch dadurch, dass jetzt... Ah, die Clanburg hat halt natürlich... Naja, es könnte sein, dass der noch ein bisschen was in der Clanburg drin hat. Glaube ich zwar nicht. Könnte natürlich sein. Wenn sie halt jetzt auf irgendwie die Luftabwehr holt, dann auf den Luftfeger geht, den Minwerfer und dann das Goldlager... Boah, gab gar nichts. War gar nichts drin. Oh... Ne, das ist das... Ne, ich meine jetzt aufs untere da, beim Minwerfer. Das wäre natürlich noch nice, aber ich glaube nicht, dass die da... Ne, ich werde aber gleich aufhören, weil die Queen soll mir nicht komplett down gehen. Ja, macht sie, glaube ich. Macht sie aber eh nicht, glaube ich. Zack. Sie einfach mal alles da in der Mitte cleart. Ja. Na, und guck mal, wäre sie halt noch härter gewesen, hätte man halt, hätte man halt sagen können, sie hätte halt noch mehr in der Mitte gecleart und das wäre halt noch geiler gewesen. Aber so haben wir schon mal 200.000 und jetzt hatte ich dann auch im Video, hatte ich jetzt gerade einen Kommentar drin, ah ja, das lohnt sich aber jetzt momentan noch gar nicht, so mit dem Queenwalk zu arbeiten, weil das viel zu viel Alex kostet. Nö, sehe ich nicht so, weil ich habe schön ein Dunkles im Normalfall, ich habe ordentlich Gold, also von daher passt das. Klar könnte man mit Bartsch mehr machen, aber da kriegst du natürlich auch ganz andere Gegner wieder. Klar kannst du warten und Glück haben, klar. Das will ich nicht bestreiten, aber ich will nicht warten. So sieht es halt aus. Also und von daher denke ich... Ja, Elix muss man ja auch ganz klar sagen. Elixier, ich weiß nicht, wie es jetzt von deinen Karten aussieht für Taun 09, aber die hast du ja wahrscheinlich auch schon bald alle magst. Von meinen Karten? Du meinst nicht mehr? Jetzt redet das schon von Karten, Alter. Von deinen Truppen, ey, gar nicht. Also ihr seht es, Leute, Clash Royale hat nicht gepackt. Ne, deine, deine, ähm, sind für Taun 09, glaube ich, aber eh relativ. Ne, es ist noch gar nichts, ist noch gar nichts. Guck mal hier, ich habe noch, ich habe gerade erst das Labor gebaut. Ach so. Ja, also von daher bin ich... Da ist ja immer nur jeweils ein Level dann. Genau. Und von daher bin ich da schon echt noch richtig low, aber passt. Das sehe ich nicht weiter wild. Und wie gesagt, oh, erst mal schön. Na, Golem, Dankeschön, Sohn von Oryx. Aber, ähm, ja, Golem braucht man beim Queenwalk halt nicht. Aber egal, das passt schon. Ich gebe auf jeden Fall jetzt, ähm, heute nochmal richtig Gaswert, dann Boost rein knastern. Und guck mal hier, wie der Golem echt, guck mal, der probiert echt... Genau, das habe ich auch gerade beobachtet, wie er einfach mal da... Genau, also normalerweise geht er halt einfach, genau, er geht halt einfach normalerweise durch die Mauer durch, aber sagt sich dann so erstmal ganz, nein, ich gehe da lang. Da habe ich jetzt auf einmal noch eine Idee. Man könnte einfach mal so ein Labyrinth bauen. Das war so klar, das war so klar. Ja, ja, genau. Und wessen Golem braucht länger? Ich weiß nicht. Und dann einfach mal schauen, wie die Truppen da durchsteppen. Ja. Die man dann fordert. Ach du, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ja, ich weiß. Und dann kann man eine Wette abschließen, wessen Truppen länger brauchen. Das war halt, ja genau, und die Truppen, die halt länger, ja gut, aber dann wird man einfach so einen ewig langen Gang bauen, ne? Natürlich. Aber das ist ja so ein Schneckenhaus. Wenn der Golem dann einfach mal so die ganze Zeit so lang läuft. Läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann sagst du nur einfach, läuft bei ihm. Ja. Ja, ich weiß, der war sehr gut. Ne, also. Das müsste man auf jeden Fall mal bringen. Ja, an diejenigen, die DZ-Ax eventuell noch nicht kennen, kann ja sein. Könnt da gerne mal reinschauen, er ist dauerhaft in meiner Videobeschreibung verlinkt. Und der macht so ein bisschen Clash Royale jetzt. Und dann, genau, genau. Also, weil die Sache ist halt einfach die, ich mach das ja auch, weil, klar, macht halt Spaß so eine Sache. Ich bin aber schlecht. Er ist gut. Also von daher, ähm, wer halt gute Clash Royale Videos sehen will, kann da gerne mal vorbeischauen. Ich spiele halt aber auch schon ein bisschen länger. Und du hast ja ein ganz bisschen Money gespendet. Ganz bisschen. Ja. 600 Euro. Zack. Wen interessiert's? Das war's. Du hast, äh, das Abschlusswort. Ja, wunderbar. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall wie immer beim Gutsor hier eine Puzzle Werken da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen im Clash Royale oder Clash of Clans Video, je nachdem, was du bringst, würde ich sagen. Ganz genau. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.